Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Spreewälder. Heute habe ich mich an den Schweißgerätewagen aus Edelstahl herangetraut. Und zwar habe ich die Teile auf Gehrung geschnitten. Der soll also 75 x 35 lang werden, das Unterteil. Und so sieht das Ganze aus. Ich habe es schon mal hier so positioniert. Gehrung, Schraubzwingen. Ich bin noch nicht so zufrieden mit dieser Gehrung hier. Weil ich ja doch den ein oder anderen Luftspalt habe. An dieser Stelle sieht es ja ganz gut aus. Da ist der Spalt nicht so groß. Aber woanders habe ich hier noch Spalten drin. Und ich hoffe mal, also ich würde jetzt erstmal an diesen Stellen. Ich weiß nicht, ob wir sehen können. An diesen Stellen das Ganze erstmal verschweißen. Und dann wird überall ringsherum gepunktet. Und abgemessen habe ich das schon. Das passt also soweit. Also das sind 35 und Länge 75. Also das war mit dem Messen und dem Schneiden okay. Aber wie gesagt, diesen Luftspalt hier, den muss ich erstmal überbrücken. Ich bin gespannt, wie es dann aussieht. Also ich habe mich dazu entschlossen, das erstmal zu punkten mit der Elektrode. Mit der Edelstahl-Elektrode. Da habe ich noch einen Rest übrig. Und dafür nehme ich meinen 80 Ampere-Inverter. Und da will ich jetzt erstmal nur die Außenstellen kurz anheften. Also wirklich ganz kurze Hefter. Und dann überlege ich mir noch, ob ich den Rest mit WIC komplett durchweiße. Oder ob ich das mit der Elektrode weitermache. Wie gesagt, ich habe ja schon ein Video zu Edelstahl-Elektronen gemacht. Das ging relativ gut. Und jetzt möchte ich das erstmal nochmal schnell heften. Und ihr könnt dann gleich mitzusehen. Ja, jetzt habe ich es von allen Seiten heften können. Also an vier Punkten jeweils von dieser Seite. Ich habe das alles mit der Elektrode gemacht. Ich finde das Ergebnis ganz gut. Ich habe mich gerade recht spontan. Ja, hier ist natürlich ein bisschen tief eingebrannt. Also da wäre ich, wenn ich das mit Elektrode durchschweißen müsste, würde ich den Strom etwas runter regeln. Jetzt habe ich 80 Ampere eingestellt. Das ist fast ein bisschen viel an der Stelle. Das müsste ich mir dann noch überlegen, wie ich das mache. Also da wäre ich dann wahrscheinlich auf 70 oder so runter gehen. Ich habe mich jetzt gerade kurzfristig entschlossen, für euch den unteren Rahmen vom Schweißgerätewagen komplett mit Elektrode zu schweißen. Hier mit meinem kleinen 80 Ampere-Inverter. Vielleicht gibt es ja einige von euch, die eben auch nur so etwas zu Hause haben und sich gerne so etwas bauen würden. Und da kann man gleich mal gucken, wie man damit zurechtkommt. Ja, ich habe jetzt hier den Elektrodenhalter bei Plus eingespannt, weil die Edelstahl-Elektroden schweißt man am Pluspol. Das muss man eben beachten. Ansonsten kann man mit jedem Inverter so eine Edelstahl-Elektrode verschweißen. Könnt ihr gerne in meinem Video nochmal nachgucken, wo ich den Vergleich habe, WIG oder Elektrode. Was sich besser macht. Da kam die Elektrode ja recht gut weg. Und jetzt gucken wir mal, wie wir den unteren Rahmen von dem Schweißgerätewagen mit Elektrode hinkriegen. Und den oberen werde ich dann mit WIG komplett machen. Und dann kann man mal wirklich vergleichen. Gut, also bis dann. Jetzt kommen noch die seitlichen Meter. Die erste Fiese hier. Ich hoffe, ich brenne hier nicht durch. Ich muss mich da ein bisschen spusen, dass ich da nicht... Ja, ist ja okay. Erste seitlichen Naht. Macht jetzt erstmal einen guten Eindruck. Ich habe auch mal so ein bisschen saugen, dass ich hier durch die Schmelze komme, äh durch das Metall kommt nun noch ein Brenner. Aber bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ihr wisst ja, hier muss man aufpassen, dass die Schlacke nicht weg springt. Das ist ja bei dieser Art der Elektrode, damit muss man ja rechnen. Und ihr seht, wie dunkel die Brandstellen sind. Also da geht die Schlacke zum Teil schon ab. Ich mache jetzt, ich schweiß jetzt hier erstmal alles weiter durch und zeige euch dann am Ende das Ergebnis. Also streckenweise ganz coole Ergebnisse. Ich weiß nicht, ob man es hier so sieht. Die ist okay. Hier hatte ich noch eine, da waren die Anlauffarben dran. Genau, die hier. So seht ihr die, wenn ihr die nur die Schlacke abmacht. Ich bin dann hier mal mit der Drahtbürste rübergegangen. Dann sieht das eben so silbern aus. Und bei Elektrode kommt man eben nicht drum um das Ganze dann nochmal zu verschleifen. Mit der Fächerscheibe oder irgendwas. Was mir jetzt noch fehlt, sind innen drin die Kehlennähte. Die mache ich jetzt auch noch schnell mit der Elektrode. Und dann gucken wir es uns nochmal an. Dann gehen wir ja, jetzt hier auch noch um. Dann gehen wir ja die andra. Und dann gehen wir wieder. Und dann gehen wir jetzt in der Ecke. Dann gehen wir das einfach. Und dann gehen wir jetzt nach unten. Und dann gehen wir die Kroton, und dann gehen wir jetzt mal da mit den Okay. So, leute unterschätzt das schleifen nicht hat jetzt locker 40 minuten gedauert jetzt mit der fecherscheibe ja hat gedauert sieht dafür wie ich meine aber auch ganz gut aus guckt euch das mal man sieht gar nichts mehr man kann so die naht noch an an der stelle gute außen hätte man es ein bisschen schicker machen können ok wie auch so ja ja die war nicht so super aber hier kennt man auch nichts mehr so und auch die kehl nähte ist kriege ich das gezeigt so einfach nur geschweißt und dann diese verbrannten ränder abgeschliffen mit der flex hier kurz ran kann man nehmen oder also ich finde es in ordnung was man jetzt noch machen könnte wäre das schliffbild hier anpassen ihr seht das ist eigentlich so die richtung wie es ursprünglich geschliffen war durch die flex sieht es jetzt viel glänziger oder glänziger aus an dieser stelle ja bei einem öffentlichen geländer kann man das machen für meine werkstatt hier reicht mir das eigentlich so wie es ist ich möchte einfach nur nicht wie bei diesem tollen transportwagen das ganze streichen den habe ich aus normalen stahl gebaut für die bohrmaschine ja ich will nicht reichen das soll aus edelstahl sein ich will mal sehen wie sich edelstahl so schweißt wie sich das handhabt ich muss sagen mit der elektrode bin ich recht zufrieden da kann man auch brauchbare ergebnisse schaffen gerade zwei millimeter stärke ist für mein kleines 80 ampere inverter top und das nächste mal jetzt mit weg also den kleineren rahmen den den 50 der 50 cm lang ist und nicht die 75 ja gucken was uns an ja der große rahmen ist jetzt fertig den habe ich hier soweit der ist ja 75 lang fehlt jetzt noch der kleine rahmen und habe ich jetzt auch schon mal vorbereitet könnt ihr euch mal angucken ich habe wieder mal auf gerung geschnitten und dieses ganze geschneide mit dem winkel schleifer ist eine ziemlich nervige angelegenheit ich habe es jetzt soweit ausgerichtet das ganze werde ich jetzt erstmal mit wick punkten überall an den seiten und dann ja dann müssen wir irgendwann mal vorwärts kommen und dann wäre ich mal im zeitraffer hier das mit wick schweißen weil das video sonst einfach ein bisschen lang wird also wir gucken uns das gleich noch mal an und dann geht es weiter ich habe mal ein bisschen was geheftet das sieht im großteil auch gut aus allerdings wenn man am anfang zu blöd ist die stromstärke richtig einzustellen und zwar habe ich hier 90 ampere eingestellt wir haben ja zwei millimeter materialstärke da brauchen wir 80 ampere dann sieht das natürlich so aus und das ist ein riesen mist da muss ich mir dann noch was einfallen lassen wie ich das hier wieder zu kriege danach habe ich die 80 ampere eingestellt und siehe da es geht ja ich habe überall die hefter gesetzt so und jetzt weiß ich noch schnell im zeitraffer alles zusammen und ich hoffe mal ich lasse mir hier irgendwas einfallen mit meiner lücke ja wer blöd ist ist halt blöd ne so und ich habe mich noch mal ein bisschen was ich habe ich mich noch mal ein paar Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, zusammengeschweißt. Also, über die Ecknähte will ich gar nicht mehr reden. Da bin ich eigentlich so dermaßen frustriert. Ja, mein Fusch habe ich dann auch zugeschweißt bekommen. Es sieht nicht schön aus. Die seitlichen Nähte sind dann doch schon besser geworden. Da habe ich mir ein bisschen Mühe gegeben. Huh, hier war es noch heiß. Man wird stufenweise besser. Besonders stolz bin ich dann zum Schluss auf diese Kehrnähte. Die sehen schon fast aus, wie man die sich vorstellt. Die würde ich dann nur noch am Ende mit der Drahtbürste ein bisschen bearbeiten. Die würde ich dann fast so lassen. Ich schleife jetzt noch schnell den ganzen Pfusch, den ich hier gemacht habe. Kann man so nicht anders nennen. Den schleife ich jetzt noch weg. Und dann gucken wir uns das fertige Ergebnis an. Das Schleifen, das erspare ich euch. Das habt ihr schon bei dem ersten Bogen gesehen. Und dann zeige ich euch nochmal das Endergebnis. Und ja, dann gucken wir es uns an. Und wieder mal hat sich gezeigt, dass die Flex das wichtigste Utensil in meiner Werkstatt ist. Mit der guten alten Fächerschleifscheibe. Da konnte ich jetzt hier schön meinen Pfusch verbergen. Die Ecken und Kanten. Man sieht sogar dieses Loch gar nicht mehr, was ich hier irgendwie zugeschweißt habe. Also, top. Was man mit so einer Fächerscheibe alles wieder rausholen kann. Und bei mir dringend notwendig. Ja, ich werde das jetzt mal. Ich habe hier noch diese Hochkannenabstützung. Die habe ich schon zugeschnitten. Muss ich noch ein bisschen glatt schleifen. Und dann baue ich das schon mal so profilaktisch auf. Und dann kann man mal so erahnen, wie dieser Schweißgerätewagen aussehen soll. Und dann gucken wir mal, wie lange wir das Video noch weiter machen. Dann ist es ja schon recht lang. Mal gucken, vielleicht machen wir zwei Hälften draus. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, dank des guten alten Schleifers hier ist noch Hoffnung in Sicht. Ja, hier kann man schon mal so leicht erahnen, wie das Ganze aussehen soll später mal. Also, ich habe jetzt diesen kleinen Rahmen auf den großen drauf geschweißt. Schön immer mit 80 Ampere. Jetzt habe ich erst mal nur ein paar vorsichtige Punkte ran gemacht. Ich muss die Punkte jetzt noch weiter... Also, überall hier noch... Na ja, sind es so eine... Na ja, Befestigungspunkte, sagen wir es mal so. Da sind noch nicht überall vier Punkte an vier Ecken. Aber man kann sich schon leicht vorstellen, wie es aussehen wird. Hier kommt das kleine gelbe Schweißgerät drauf. Hier kommt das große weiße, also das hier am Endeffekt drauf. Und hier hinten, das Ganze, das ist dann der Abstellplatz für die Gasflasche. Und ich habe mir schon besorgt, hier in meiner Grabbelkiste, vier so eine Räder. Muss ich dann hier unten natürlich noch weise und lenkbar, weise und fest. Muss ich dann hier unten noch irgendwie ran basteln. Und ja, aber da das Ganze wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen wird, würde ich meinen, wir machen das Ganze in zwei Teile. Und das zeige ich euch dann beim Teil 2, wie es dann weitergeht. Also, bleibt dran. Danke erstmal, dass ihr eingeschalten habt. Es bleibt spannend.